Ja, hallo und herzlich willkommen beim Adeptus Stammtisch und zu einem neuen Anheftigen hier bei uns auf dem Kanal. Es ist jetzt schon leider zwei Wochen her, wir haben das Magazin erst wieder so spät bekommen, aber ihr kennt das ja inzwischen. Trotzdem, weiterhin vielen Dank an der Chat, dass sie uns das weiterhin schicken. Wir freuen uns immer sehr über die Zusammenarbeit. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal in die Vorstellung des neuen Magazins von Ausgabe 26. Wie wir es sehen können, in dieser Ausgabe ist der Dominus Techpriester dabei vom Adeptus Mechanicus. Wir hatten ja dieses Guitarii Ranger schon drin und der ist hier in der Box. Den gucken wir uns natürlich auch noch an, aber darum soll es jetzt nicht gehen. So, wir beginnen mit dem Techpriest Dominus an sich. Was hat er für Waffen? Hier eine Phosphorse Penta zum Beispiel, ein Volkheit Blaster, einen Servoschädel, eine Sire Axt. Genau, der Argos Dominus ist einer der heiligsten Ringe des Adeptus Mechanicus. Dann haben wir hier natürlich wieder das Datenblatt, das kennen wir, wo wir wieder eintragen können, wie die Waffe heißt zum Beispiel, was für eine Arogenschaft sie hat und so weiter und so fort. Ihr wisst das, wir mögen das sehr, sehr gerne und wir haben hier oben sogar schon eine Namenstabelle, sehr cool. Dann haben wir die Göttliche Überlieferung, so, der Hüter und die Orden, die Magi, die Genitoren, die Logi und die Artifexe. Ich muss da zugeben, ich kenne mich so gar nicht mit Atmech aus, also null, wirklich. Na ja, dann haben wir hier die Bauanleitung für unseren Techpriester, da bin ich mal gespannt, Priester, für unseren Techpriester, da bin ich mal sehr gespannt, wie einfach der ist. Sieht zumindest verhältnismäßig, oh ja doch, das ist sehr easy, tatsächlich. Spannend, dafür, dass das Modell so komplex aussieht, ist es gar nicht so komplex. Steht auf einer 50mm Base auf jeden Fall, ähm, okay, das ist echt nicht viel, krass. Ja, mal gucken. Dann haben wir natürlich auch gleich die Bemalanleitung, weil die Farben, die wir für den Techpriest brauchen, haben wir natürlich jetzt auch schon drin gehabt im Magazin. Eben Leadbelger, Cornred, RuneDot Bras und sowas. Die Shades hatten wir, äh, und von daher können wir den eigentlich fast vollständig bemalen, krass. Plasma-Coils, genau. Dann geht's jetzt mit den Skitarii weiter, das ist ja spannend. Warum? Hä, aber wir hatten doch die Farben schon alle. Dann haben wir hier das Datenblatt, ähm, vom Dominus Techpriester, äh, das sieht so aus, als wenn das das vollständige schon aus dem Codex ist. Ähm, ich kann's nicht ganz so beurteilen, weil die Lobgesänge des Amnesias kenn ich zum Beispiel noch nicht. Da bin ich mal gespannt, ob wir das hier gleich noch in der Regelsektion finden. Ähm, ansonsten halt Sachen, die einen nicht groß verwundern. Was mir hier aufgefallen ist, ist, dass hier Mars steht. Kann man den nur mit Mars spielen? Oder haben sie das jetzt hier für dieses Datenblatt geändert? Ähm, weil es gibt ja noch andere Forge Worlds. Dementsprechend bin ich jetzt hier etwas verwundert. Kann man den Techpriester nur mit Mars spielen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben, weil ich hab keinen Atmech-Kodex und wir haben auch keinen Atmech-Spieler hier, die im Team, wo ich mal fragen könnte. Dementsprechend wäre es vielleicht ganz interessant. Ähm, Herdes Maschinen-Kult. Es geht hier um Re-Rolls, genau. Das kennen wir. Dann die Grundregeln. Äh, Grundregeln. Schlüsselwörter. Ah, hier geht es jetzt um die Schlüsselwörter. Ah, guck an. Und um Einheiten. Ah, es gibt einen Auszug tatsächlich aus dem Regelwerk. Und jetzt mit einer neuen Mission. Spannend. Und mit Aufstellungszonen hier. Sehr spannend. Okay. Dann war das die Mission. Äh, dann war das die Ausgabe. Äh, in der nächsten Ausgabe ist ein Geländestück mit drin. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil das sieht sehr schick aus. Und in der übernächsten sind, ist ein erster Teil wieder von 10 weiteren Necron-Kriegern. Die kennen wir schon. Das sind die, die wir schon gebaut haben. Äh, ja. Ansonsten gucken wir uns jetzt natürlich noch einmal den lieben Techpriest an. So, da haben wir den Techpriest. Das sind zwei Gussrahmen. Äh, die sind relativ simpel strukturiert. Also es sind tatsächlich super wenig Bauteile. Das hätte ich nicht gedacht. Der ist von 2014. Ähm, und ja. Wir haben hier halt diesen, diesen Korpus mit den Mecha-Tendrils. Dann hier unten noch diese Klauenbeine, auf denen die laufen. Hier so nochmal so ein Stück auch mit so einem Klauenbein. Dann haben wir hier den zweiten Teil des Korpus. Mit einer, mit einer, hier mit so einer Druckuhr. Der Kopf schätze ich mal. Dann haben wir hier die Omnissire-Achse. Die sieht halt geil aus. Die gefällt mir sehr gut. Hier diesen G-Stock. Hier nochmal so ein Mecha-Tendril. Dann zwei verschiedene Waffen, die man sich aussuchen kann. Das ist glaube ich so ein Caliver hier. Oder diese Serpenta. Das ist die Serpenta. Und das hier ist glaube ich irgendwie so ein Caliver. Ich werde hier dieser geilen Serpenta bauen. Das aussieht wie so ein Revolver. Wie so ein Peacemaker. Das Rückmodul. Die Plasma-Kanone. Ja. Und das war es eigentlich schon. Und ein 50mm-Base. Wenn ihr das Magazin kauft. Also nochmal ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Wir wollen den Preis oben nicht mehr einblenden. Weil das mit der neuen Schnittsoftware irgendwie ein bisschen doof ist. Dementsprechend werden wir es jetzt immer sagen. Und wenn ihr dieses Magazin kauft. Und der GW-Preis von dem Dominus ist 31,50. Und wenn ihr... Ne. 31,50. Da ist richtig. Und wenn ihr den so kauft. Beziehungsweise über das Heft kauft. Dann spart ihr natürlich wieder 10 Euro. Also 9,99 Euro. Und dann kommt ihr bei 21,51 Euro raus. Was schon mal eine gute Ersparnis ist. Meiner Meinung nach. Also ihr spart 21,51. Und das kann man wohl machen. Für das Modell. Weil es ist ein schönes Charaktermodell. Für meinen Zweck jetzt. Ich werde hier ein Killteam spielen. Ist ja nicht ganz so geeignet. Aber... Ja, mein Gott. Da... Geschenkter Gaul und so. Ich werde den auf jeden Fall bemalen. Ich finde den ganz cool. Und dann schauen wir mal. Ja. Und ich würde sagen. Bis zum nächsten Anhefting. Bis dann. Ciao.